Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir... Ich sammle jetzt einfach mal alle Dinger ein. Und hoffe mal... Muss jetzt nicht so sein, dass der Zement... Kann ruhig sein, dass er trocken ist. Hauptsache, ich muss mich dann nicht mehr auf diese Dinger konzentrieren. Oh, da waren wir zu langsam. Das ist ja der Wahnsinn. Ich werde es mal rausschneiden. Ich muss das euch ja nicht hier... ...antun. Ich bin ganz明確, wenn wir... ...durfen sind, was wir hier? Es wäre auch ein Ratsch, das war's. Ich bin ganz klar. Töne Schlag, Segel! Segel! Entraining. Ich bin ganz Survival. Töne Sektor. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab ihn bekommen. Ich musste aber leider nachgucken, wie es funktioniert. Aber es war auch nicht wirklich einfach, dann den Wagen so zu halten, wie er dann sein sollte. Aber eine Hund geschafft. Zwar noch nicht mit dem Zement, aber ich hoffe mal, dass wir die Dinger jetzt kriegen. Weil mit dem Zement, das ist nicht machbar so wirklich. Können wir die, haben wir die jetzt trotzdem? Will die nicht noch die Bitte haben. Oh, schade. Achso, das schaffe ich auch. Das schaffe ich auch schneller. Fick dich doch, ey. Dann machst du das selbst. Spacko, ey. Ja, komm, dann mach ich zuerst das. Zusammen funktioniert das nicht. Das kannst du knicken. Ganz ehrlich. Dann mach ich jetzt erst das und hoffe, dass ich dann das nochmal machen kann. So, 1,16 hast du gesagt, ne? Ich darf nicht viel bremsen. Was zum Gute ist, ich kenne jetzt wenigstens schon wieder die Strecke ein bisschen. Uiuiuiuiuiui. Ah, die Dinger sind... Ah, die sind eingesammelt. Sicher jetzt, jetzt. Oh, das ist ja super. Das ist ja der Wahnsinn. Guck mal, ich hätte ein paar Bremser hätte ich rauslassen können. Nein! Okay. Das ist aber machbar. Aber es ist schwer. Oh Gott. Ah. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich darf überhaupt nicht bremsen. Ach Mann, es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist schwierig. Es ist... 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 Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich dachte, wir brauchen länger. Puh. Aber das ist ja auch... Die hätten den Zement ja auch erst am Ende an... An... Wie sagt man das denn? An-dingsen können. An... Machen. Also halt Wasser drangeben und so. Klasse! Geschafft! Super! Gut gemacht! Yay! Wo haben wir das jetzt überhaupt hingebracht? Klingt jetzt noch irgendwas Geiles? Für diese tolle Arbeit gibt's noch einen Eimer von mir. Oh cool! Damit kann man heißes Wasser und kaltes Wasser transportieren. Geil! Jetzt möchte ich etwas Zement verladen. Der noch schneller trocken... Was? Ah okay. Ohne eine schnellere Wand klappt das wohl nicht. Ah! Hätte ich doch nur eine Bahn aus dem Leichtmetall, das sie hier gebaut haben. Hier ist doch eine goldene Bahn! Guck doch mal! Kannst du auch die nehmen? Hab ich... Ne, der hätte wahrscheinlich direkt genommen. Ja gut, ähm... Dann gehen wir mal raus. Da ist ja der Speicherpunkt. Und dann können wir hier direkt abspeichern. Ja, weil das möchte ich nicht nochmal machen. Äh... Eins... Ja, da hin. Ja, überschreiben. Gut, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!